Wir stehen hier mitten in der Innenstadt von Münster und wir fragen jetzt mal die Menschen, was sie davon halten, dass die Plastiktüten abgeschafft werden sollen. Ich bin da sehr für. Ich habe das bisher nie genommen. Ich hatte immer Leinsäcke und war jetzt gerade in der Apotheke, sprachen wir davon, dass sie mir eine Tüte geben wollte. Ich sage, dafür habe ich eine Tasche und auch eine da drin. Ich lehne das ab mit den Plastiktüten, weil das Überhand nimmt. Wenn man sich die Meere ansieht, wie sie es im Fernsehen zeigen, sind riesige Männer, die mit Plastik sind. Und die Fische, egal was für Fische, fressen das und sterben dran. Das finde ich gut so. Und warum? Weil sie die Umwelt schädigen. Finde ich gut. Und warum? Weil es absolut machbar und zumutbar ist, eine Mehrwegverpackung mit sich zu nehmen, um das zu improvisieren oder zu ersetzen. Finde ich total scheiße. Ich finde es deshalb scheiße, weil, wenn man die durch Papiertüten ersetzen würde, wäre alles klar. Tut aber keiner. Tut aber keiner. Und deshalb werde ich jetzt in einigen Geschäften nicht mehr einkaufen, weil ich bin nicht bereit, für Verpackungsmaterial Geld zu bezahlen. Finde ich im Wesentlichen ganz gut. Und warum? Weil wir zu viel hier am Müll landen oder überall. Also ich bin nicht generell gegen Plastiktüten. Man braucht die auch für manche Teile. Aber in der Menge, wo die rumschwirren in der Gegend, auf der Straße, überall, finde ich schon abenteuerlich. Also ich finde das sehr gut, weil man braucht nicht so viele Plastiktüten. Die liegen dann zu Hause rum. Man vergisst sie sowieso immer wieder mitzunehmen, was vernünftig wäre. Die stapeln sich da und ich glaube, das würde einen erziehen, wenn es keine Plastiktüten mehr gäbe, dann immer eine Einkaufstasche mitzunehmen, was ja viel umweltfreundlicher ist. Ich finde es ehrlich gesagt unnötig, wenn man sieht, was sonst alles in Plastik eingepackt wird. Das erinnert ein bisschen an blinden Aktionismus. Das müsste ganzheitlich angegangen werden. Die Problematik, einfach nur auf Plastiktüten zu verzichten, wird nicht reichen. Finde ich in Ordnung. Das finde ich gut. Und warum? Ja, die Welt wird vollgemüllt mit Plastiktüten. Das Meer, die Tiere haben dann Probleme. Ja, und deswegen ist das in Ordnung. Das ist eine gute Idee, finde ich. Und warum? Es entsteht fürchterlich viel Müll. Wobei natürlich auch hier diese Jute-Taschen, habe ich letztens mal gelesen, also auch 20 Jahre brauchen, damit die halt so ökologisch haltbar sind eigentlich. Aber allgemein sind Sie gegen Plastiktüten? Absolut, ja. Halte ich für sehr gut, ja. Und warum? Ich denke, dass der Abfall, der dadurch produziert ist, einfach schlicht und ergreifend zu vermeiden wäre. Keine schlechte Idee. Und warum? Umwelt, Müll, Müllberge auf dem Meer, Papiertüten tun es auch.